Wie ist denn eigentlich im Moment die Situation bei den Beitritten bzw. Austritten? Haben Sie einen Eindruck, wie nah Sie an der Basis sind? Es hat in Nordrhein-Westfalen nach der abgeschmierten Bundestagswahl diverse Parteieintritte gegeben. Also auch bei Teilen unserer Wählerschaft so ein, jetzt erst recht, wir müssen mithelfen, dass die Piraten weiter nach vorne kommen. Ich weiß allerdings nicht, ob das ein allgemeines Phänomen ist für Parteien, die verloren haben. Ich weiß jetzt nicht, was die FDP zu dem Thema sagt. Könnte auch sein, wir es nicht so sehr in den Vordergrund stellen, aber mich hat es schon gefreut. Das war ein tröstlicher Nebeneffekt dieser danebengegangenen Bundestagswahl. Was steht jetzt bei Ihnen ganz oben auf der Agenda? Erstens um die Fraktion in ein funktionierendes, sagen wir mal, Getriebe zu machen und was inhaltlich? Ich darf Ihnen an der Stelle ein klein wenig widersprechen. Sie funktioniert nicht so schlecht, sonst hätten wir nicht diese ganzen zehn Gesetzentwürfe. Aber ist eigentlich auch für eine Oppositionsfraktion nicht so die Regel, vor allen Dingen so eine kleine. Aber auf der Basis dessen, was gut gelaufen ist, das uns immer anzusehen, nicht nur immer die negativen Effekte zu sehen, sich zu sagen, hey, da sind Fehler passiert, aber jeder Fehler sollte nur einmal passieren. Danach sollte sich ein Lerneffekt einstellen, auf der, ich sag mal, teilweise guten Arbeit der Fraktion aufzubauen und das weiterzuentwickeln. Das ist strukturell das, was die NRW-Landtagsfraktion vorhat. Ansonsten stehen hier in Nordrhein-Westfalen ja eigentlich die Zeichen schon wieder auf Wahlkampf. Wir haben nächstes Jahr kommunal und parallel auch noch bundesweit Europawahl, wo wir uns positionieren werden. Wir haben im Januar bereits einen Bundesparteitag, wo die Listenkandidaten für das Europaparlament aufgestellt werden. Und das wird dann ganz ohne Messerstechereien abgehen? Das wird mit Sicherheit nicht ohne konstruktive Auseinandersetzung abgeben. Ich formuliere das mal als Hoffnung. Es wird sicher auch noch den einen oder anderen Ausraster geben. Aber ich bitte Sie, wir machen das alles öffentlich, wir machen da kein Hehl draus. Wer weiß, was bei anderen hinter verschlossenen Türen passiert und ohne Messerstechereien ist das ja in anderen Parteien auch nicht abgegangen. Europawahlkampf ist ja sehr interessant. Hürde niedrig. Vielleicht kann man sich dann ja auf einen gut dotierten Posten ins Europaparlament bewegen. Gut dotierter Posten, das geht in Richtung Gewinner. Nein, die Piraten, die ich kenne, die sich für Europa positionieren, als Kandidaten. Zwei stehen schon in der Liste, die haben sich schon eingetragen. Die brennen für das Thema und haben auch noch den Vorteil, dass sie im Europaparlament bereits auf Erfahrung stoßen. Wir haben ja zwei schwedische Piraten, die schon im Europaparlament sitzen, Frau Andersdotter und Herr Engström. Die uns auch persönlich bekannt sind. Wir hatten mit der Fraktion mal einen Besuch in Brüssel gemacht. Also da wird es eine Achse geben, wenn wir denn dann einziehen, Düsseldorf, Brüssel. Wenn wir jetzt schon nicht im Bundestag sind und aus den anderen Ländern auch nach Europa. Das ist für uns wichtig, auch auf europäischer Ebene. Wir sind eigentlich alle überzeugte Europäer, sonst wird es uns ja nicht in so vielen europäischen Ländern geben, das nach vorne zu treiben. Für uns in Nordrhein-Westfalen kommt aber noch die Kommunalwahl hinzu. Und ich würde mal vorsichtig behaupten, die Europawahl, ja, die ist sehr wichtig, aber die Kommunalwahl ist noch wichtiger, weil wir dann in der Partei, auch was die Zusammenarbeit mit den Kommunen angeht, mit den Stadträten, einen Unterboden einziehen können, der für uns die Arbeit noch solider macht. Und dann kommt irgendwann wieder die Landtagswahl. In allen Umfragen schaffen Sie es nicht ins Parlament. Das ist in drei Jahren. Fragen Sie mich in drei Jahren nochmal nach diesem Thema. Dann werden wir da mehr sehen. Wir haben auf jeden Fall natürlich auch, was die mediale Darstellung von uns angeht, sind wir unter unseren Möglichkeiten geblieben, mal vorsichtig formuliert, das darf auch nicht beschönigt werden. Und da müssen wir einfach dran arbeiten. Das ist der Vorsatz, den alle 18 anderen Mitfraktionäre mittragen. Wer sollte aus Ihrer Fraktion Ihrer Meinung nach, wir haben ja viel über Köpfe gesprochen, neben Ihnen noch als zweitbekanntester NRW-Pirat einziehen? Das ist eine gute Frage. Frage, ich würde zunächst mal sagen, die Leute, die für gewisse Themen stehen. Wir haben sehr gut besetzte Ausschüsse und dort hat es auch eine Entwicklung zum Fachpolitiker hingegeben. Es gibt im Vorstand noch Leute, Frau Pieper beispielsweise ist ein unfassbares Organisationstalent, das muss ich auch nochmal hervorheben, die auch schon mal Feuerchen austritt, wenn es irgendwo brennt oder in der Orga was nicht geklappt hat. Wir haben Frau Brandt, meine Stellvertreterin, Herrn Lamla, mein Stellvertreter. Es gibt Thorsten, ich könnte eigentlich alle Fraktionäre jetzt aufzählen. Wer will das denn? Das ist die Frage, ob die Leute draußen das wollen. Mittlerweile, also man hat mich zu... Wenn jetzt auch innerhalb der Landtagsfraktion andere Leute sagen, ja, also ich habe einen Kopf für die anderen hinhalten, das mache ich nicht. Das kann man so nicht sagen. Also ich glaube, von den 19 Verbliebenen steht man schon füreinander ein und springt dann auch mal in die erste Reihe, wenn jetzt der Fraktionsvorsitzende nicht kann oder beispielsweise im Bau- und Wohnverkehrausschuss der Herr Bayer nicht so gut kann, weil er irgendwelche anderen Verpflichtungen hat. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Sie sind jetzt Fraktionsvorsitzender der Piraten, wir haben es eben schon mal gesagt, im veröffentlichtsten Bundesland. Wo sehen Sie eigentlich Ihre politische Zukunft? Was haben Sie politisch noch vor? Wir haben politisch eine ganze Menge vor. Sie persönlich? Ich persönlich. Also da kann ich mir nur die Ziele der Partei oben anschreiben. Erstmal für mich persönlich, Politik verständlicher machen, wenn man übe ich. So eine Reduktion oder so ein Runterbrechen von Kompliziertheit auf einfache Links-Rechts-Schemen ist nicht mein Ding. Die Welt ist komplizierter geworden oder komplexer, um es mal etwas kräftiger auszudrücken. Da ist mein persönliches Ziel, Politik an die Leute ranzubringen. Erstmal. Und dann, als Konsequenz dessen, das, was wir Piraten eigentlich programmatisch wollen, im Grunde genommen so etwas wie eine Erneuerung der Demokratie auf allen Ebenen, wenn wir nächstes Jahr in den Kommunen damit anfangen. Wir haben damit schon angefangen. Hören die Leute Ihnen wirklich zu? Die Leute hören zu, wenn sie zu uns an die Infostände kommen, wenn wir Veranstaltungen machen. Auch dort könnte die Besucherzahl besser sein, da müssen wir besser für werben und unsere Termine auch besser in den Medien kommunizieren. Doch, wenn wir mit einem vernünftigen Kopf oder mit vernünftigen Köpfen die Themen entsprechend kommunizieren, sodass sie verständlich sind, dann wird uns auch zugehört. Auch morgen noch. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn diese Sendung, nachdem sie ausgestrahlt ist, dann jetzt gleich nachher dann im Internet zu sehen ist, in der WDR-Mediathek, sich Ihre Piraten sich die Sendung wahrscheinlich da angucken. Glauben Sie, die werden alles unterschreiben können, was Sie hier heute gesagt haben? Ja, ich denke schon. Weitaus der meiste Teil. Es gibt immer, auch in anderen Parteien, Leute, die jetzt eine andere Meinung sind als bei der FDP, beispielsweise Herr Lindner oder Herr Rösler. Das war ja auch deutlich, das ist ja nicht nur bei uns so. Oder der grünen Vorstand auf Bundesebene, der jetzt ausgetauscht worden ist. Das denke ich schon. Im Übrigen wird es sehr, sehr spannend werden, auch für die Positionierung der Piraten in der Landespolitik in den nächsten Jahren. Denn wir können davon ausgehen, egal wie das auf Bundesebene ausgeht mit der Regierungsbildung, Rot-Grün können oder müssen sich nicht mehr so liebhaben, wie das war, weil der eine ja der Koalitionspartner der Union werden wird. Die Union ist kräftig im Aufwind. Die FDP hat viel nachzuholen. Auch da müssen wir aufpassen, denn Herr Lindner hat schon in diversen Interviews angekündigt, die Bürgerrechtsthemen, für die die FDP ja mal deutlich stand, wieder mehr in den Vordergrund zu spielen. Er möchte mehr mit der Basis reden, also das, was wir ja eigentlich schon tun. Also das sind noch alle, was so Politiker auch, wie Sie auch sagen. Ja, nur an der Stelle sind wir diejenigen mit der Kompetenz. Vor allen Dingen, wenn Sie vorhin gesagt haben, wir sind ja eigentlich für die Netzfreiheit. Wenn die Netzfreiheit schief geht, ist die andere Freiheit draußen auch dabei schief zu gehen. Das ist für uns ein gegenseitiger Zusammenhang. Das kann gar nicht anders sein. Und wir haben große Befürchtungen vor den Hintergründen, die jetzt passiert sind mit den Überwachungsskandalen. Und wir werden da auch dranbleiben an diesem Thema, weil das ist eine Verletzung demokratischer Grundrechte, die ist schlicht nicht zum Aushalten. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und von da ausgehend werden wir auch unsere anderen Politikfelder noch weiterentwickeln. Stichwort Nachhaltigkeitspartei, hatte ich gesagt. Nachhaltigkeit hat ja auch was mit dem sozialen Zusammenhalt zu tun. Wenn jetzt jeder jeden verdächtigt oder da... Sie sind also gelb wie die FDP, grün wie die Grünen und sozialdemokratisch in Sachen Vermögensverteilung wie eben die Sozialdemokraten. Kann man so nicht sagen. Wir sind orange. Wir führen eben Themen zusammen. Ich bin ja auch aus einem bestimmten Grund in diese Partei eingetreten, wenn mir der Mix bei den anderen nicht zur Stimme schien. Für mich gibt es zu den Piraten keine Alternative. Für die meisten Wähler schon. Das ist richtig. Das muss ich eben kommunizieren, dass auch die Piraten, ich sag mal, vielleicht jetzt nicht das Einzige sind, aber eine wählbare Alternative werden. Und das können wir nur machen, wir in Nordrhein-Westfalen, das liegt in meinem Beritt und Beritt meiner 18 Kollegen, dass wir eine vernünftige Landtagspolitik machen und diese Landtagspolitik aber auch nach außen tragen. Da haben wir auch wirklich Verluste gehabt in der letzten Zeit. Das hat an diversen Dingen gelegen. Wenn Sie beispielsweise zum Thema Prism Tempora Überwachung mit vier Anträgen im Landtag aufschlagen und im Vorfeld zu einem Pressefrühstück einladen und es kommt genau einer und dann gibt es mal Querelen und es stehen 20 Pressevertreter vor der Tür, ist das auch für uns nicht so erfreulich. Da müssen wir auch lernen, damit umzugehen. Und vorher vielleicht ein paar Anrufen zu sagen. Wir haben was zu sagen. Das machen wir dauernd. Das kommt nicht jeder. Joachim Paul, herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen hier waren. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren bei diesem 1 zu 1 aus Düsseldorf. Die Piratenpartei und ihre Situation. Ich glaube, wir haben sie insbesondere rund um Düsseldorf genau analysiert. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.